Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über die Neujustierung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes. Umweltrechtsbehelfsgesetz, das ist ein sperriger Begriff und die Materie, das will ich ja nicht verhehlen, dahinter ist auch ein Stück weit sperrig, hochjuristisch und eben auch hochkomplex. Aber sie ist von einer weitreichenden Bedeutung und eben deshalb haben wir uns auch so viele Monate Zeit genommen, darüber zu diskutieren, weil wir der Auffassung sind, dass Sorgfalt eben vor Schnelligkeit geht. Und ich will ja an dieser Stelle sagen, die gebotene Nobelle, die machen wir auch an dieser Stelle nicht freiwillig. Das sind Europa- und völkerrechtliche Vorgaben, die wir nun mal umsetzen müssen und das haben wir mit dem vorliegenden Entwurf auch vollumfänglich getan. Fakt ist aber auch, die Umweltverbände bekommen wieder mehr Klagerechte und das muss uns aufhorchen lassen. Stichwort Energiewende. Da stehen wir vor einer gewaltigen Herausforderung. Das muss ich hier in diesem Hause niemandem erzählen und genau genommen stehen wir schon mittendrin in dieser Herausforderung. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Wir stehen mehr, als dass wir so richtig vorankommen. Wenn ich mir zum Beispiel den Leitungsausbau speziell in Niedersachsen anschaue, dann wird da gebremst, diskutiert, abgewogen, aber leider nicht gebuddelt und verlegt. Und da kommt auch unsere Landesregierung leider überhaupt nicht in dem gebotenen Maße in die Gänge. Das hat der Sigmar Gabriel damals als Wirtschaftsminister auch in aller Schärfe kritisiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die Energiewende wirklich wollen – und ich glaube, da sind wir uns hier im Hause alle einig –, dann brauchen wir den unbedingten Willen der Politik, dann brauchen wir ein gesundes Klima für Investoren und dann brauchen wir eben auch Rechtssicherheit, das heißt schnelle und effiziente Genehmigungsverfahren. Und wenn wir uns mal das ganz ehrlich machen, die Verbandsklage ist nicht gerade das Gaspedal, um unsere Projekte auf die Überholspur zu bringen. Im Gegenteil, bereits heute werden zahlreiche Projekte gerichtlich angefochten, verzögert oder verschleppt. Teilweise ist das ideologisch motiviert, nach dem Motto, jedes größere Infrastrukturprojekt ist gleich per se erst einmal böse. Aber nicht nur ideologischer Übereifer bremst uns aus. Der andere Übeltäter, der ist quasi hausgemacht, das ist häufig eben auch bürokratischer Irrsinn. Und im Ausschuss hatte ich das sagenumwobene Beispiel aus einer Samtgemeinde bei mir im Wahlkreis genannt. Dort sollten 2013 sechs neue Windenergieanlagen entstehen. Und weil ein Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung den öffentlichen Aushang einen Tag zu früh wieder weggenommen hatte, musste das gesamte Genehmigungsverfahren komplett neu aufgerollt werden. Und ich hatte im Vorfeld der Anhörung mir vom Betreiber die entstandenen Zusatzkosten auflisten lassen. Der Fehler eines Gemeindemitarbeiters, einen Tag zu früh den Zettel wieder aus dem Glaskasten dort rauszunehmen, kostete in Deutschland anhand dieses Beispiels 100.000 Euro für zusätzliche Bauplanungskosten, 130.000 Euro für ein Uhu-Monitoring inklusive der Nahrungsfläche von einem Hektar für den Uhu, zusätzliche 25.000 Euro für Mehrkosten der Baugenehmigung wegen einer danach folgenden Gebührenerhöhung und sage und schreibe 1,2 Millionen Euro für eine geringere Einspeisevergütung für die ersten fünf Jahre. Die Realisierung dieses Windparks wurde um Jahre zurückgeworfen und der Schaden ging in die Millionen. Und alles im Grunde wegen einer klitzekleinen Lappalie. Und mit dem jetzt vorliegenden Entwurf haben wir deshalb zwei Ziele verfolgt. Zum einen kommen wir unserer völkerrechtlichen Verpflichtung nach. Klar, die Opposition hätte gern mehr gesehen, dass wir über die 1-zu-1-Umsetzung hinausgehen, das Ding dann absolut wasserdicht machen für alle Zeiten. Und lieber Peter Maywald, du hast ja gestern auch im Ausschuss gesagt, dass wir in Brüssel nicht gerade mit Strebertum auffallen würden in Sachen Verbandsklagerecht. Und da gebe ich dir auch ausdrücklich recht. Das ist auch so. Und das ist unserer Meinung nach auch gut so. Wir in der CDU-CSU verfolgen nämlich eine grundsätzlich andere Argumentationslinie. Ich will mal die Frage ganz offen stellen, was ist uns denn überhaupt wichtiger in unserem Land? Worin sollten wir wirklich Vorbild in Europa sein? Ist es wichtiger, im vorauseilenden Gehorsam ja geradezu streberhaft jede EU-Vorgabe überzuerfüllen? Oder ist es eben wichtiger, als vielleicht erste Industrienation die Mammutaufgabe, Energiewende zu stemmen? Und das auch erfolgreich. Wir als CDU-CSU haben da für uns eine ganz klare Antwort gefunden. Wir lassen es jedenfalls nicht zu, dass die Aarhaus-Bürokratie und EuGH-Urteile wichtige Investitionsentscheidungen nehmen, die unsinnig und teuer sind. Und dieses eine Beispiel, das habe ich Ihnen ja eben schon benannt. Und deshalb haben wir eben noch ein zweites Ziel vor Auge gefasst. Wir wollen die Verfahren einfacher und eben schneller machen. Wir haben intensiv überlegt, wo wir innerhalb der 1-zu-1-Umsetzung Möglichkeiten schaffen können für mehr Rechtssicherheit und für spürbare Verfahrensbeschleunigung. Und wir haben hierzu entsprechende Änderungsanträge formuliert, die wir als absolut sinnvoll und auch absolut notwendig erachten. Wie zum Beispiel die Einführung einer zweijährigen Klagefrist für Rechtsbehelfe, die unseren Investoren endlich mehr Planungs- und Rechtssicherheit gibt. Oder die Einführung einer Klagebegründungsfrist, die also nicht mehr im Ermessen der Gerichte steht. Und auch damit entlasten wir eben die Justiz, die Gerichte und straffen damit die Verfahren. Und wir schaffen effiziente Möglichkeiten für Fehlerheilung, damit Genehmigungsverfahren nicht komplett wiederholt werden müssen, wenn zum Beispiel der Gemeindemitarbeiter den Aushang zu früh wegnimmt. Dann ist das eben auch kein Weltuntergang mehr. Dann holt man diesen Tag nach und das spart unserer Volkswirtschaft Hunderttausende Millionen von Euro. Und wir tun wirklich was Gutes für die Umwelt, wenn die Windkraftanlagen dadurch zum Beispiel früher ins Netz gehen können. Und warum diese Verfahrensbeschleuniger so wichtig sind, zeigt eben dieser Windpark in meiner Samtgemeinde. Und mein Wahlkreis zwischen Elbe und Weser ist vielfältig, groß, wunderschön. Und deshalb auch noch ein zweites Beispiel, was ich hier nennen möchte. In der kommenden Woche, am nächsten Wochenende kommt, mich der taiwanesische Botschafter zu besuchen. Das wird ein großartiger Tag, da freue ich mich schon drauf. Wir wollen gemeinsam mit einem Container Äpfel in See stechen und quasi den ersten, symbolisch den ersten Container Altländer Obst nach Taiwan über das Tor zur Welt in Hamburg verschiffen. Nebenbei ist auch noch der Hamburger Hafengeburtstag. Das wird also eine richtige Sause da mit Matjesbrötchen und mit einem Bier auf dem Schiff. Und der Botschafter wird am nächsten Tag dann auch noch die Altländer Blütenkönigin küren. Das wird also eine richtig tolle Sache werden. Worauf ich mich aber weniger freue, das will ich hier an dieser Stelle auch sagen, das sind die müden und ermatteten Augen seiner Exzellenz, wenn er in Stade erschöpft aus seinem Wagen steigt. Die Fahrt nach Stade macht nämlich überhaupt gar keinen Spaß. Die Luftlinie zwischen der Hansestadt Hamburg und meiner kleinen Hansestadt Stade beträgt exakt 34,62 Kilometer, gemessen von Rathaustür zu Rathaustür. Und mit meinem VW-Bus, ich habe so einen T5, also ich bin auch kein Superschnellfahrer, aber der hat auch ordentlich PS, also man könnte auch, da brauche ich je nach Verkehrslage eine Stunde und fünf Minuten bis zu zwei Stunden, zwei Stunden für nicht mal 35 Kilometer Fahrtstrecke. Und dann werde ich nächste Woche dem Botschafter, und das ist eigentlich immer das Gleiche, wenn mich Persönlichkeiten in Stade besuchen, erklären müssen, dass wir 40 Jahre lang für die Planung einer Autobahn gebraucht haben, 40 Jahre, vor 40 Jahren, da war Taiwan in weiten Teilen noch ein armer Agrarstaat und heute ist das eine hochtechnologisierte Volkswirtschaft. Und wie soll ich das meinem Freund, Herrn Prof. Dr. Yivai-Shey, erklären, wie lange so etwas dauert? Wie soll ich ihm erklären, dass Deutschland als eine vielleicht der stärksten Industrienation der Welt, ein Land, dem man im Grunde alles zutraut, sogar die Energiewende, wenn das einer schafft, dann sind wir das, es einfach nicht schafft, 40 lächerliche Autobahnkilometer zu bauen? Und was ich damit sagen will, und da bin ich dann eben auch ganz schnell bei den Entschließungsanträgen der Opposition, Sie wollen ja, wenn ich das richtig gelesen habe, die Klagebefugnis der Umweltverbände ausnahmslos auf alle umweltrelevanten Entscheidungen ausdehnen. Also insbesondere auch auf dem Bundesverkehrswegeplan, den wir im letzten Jahr beschlossen haben, dem Gegenstand von Verbandsklagen machen. Und zwei Dinge hierzu. Erstens, ich möchte keine weiteren 40 Jahre auf die Autobahn A26 oder die A20 warten bei uns im Wahlkreis. Ich habe den Bürgern meines Wahlkreises versprochen, dass ich alles dafür tun werde, dass diese Autobahn endlich fertig wird und dass die Staus endlich aufhören, die Belastungen für Anwohner, tausende LKWs am Tag endlich ein Ende haben werden. Und das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema. Und da bitte ich auch Sie gerne mal um Ihre Aufmerksamkeit. Dass es endlich weniger Verkehrstote gibt auf dieser Strecke. Die B73 ist die Todesstrecke in Deutschland, das können Sie im Internet nachlesen, als die Straße mit den meisten Verkehrstoten in Deutschland. Und das will und das werde ich ändern. Und zweitens, und da muss ich Sie leider enttäuschen, den Bundesverkehrswegeplan für Verbandsklagen zu öffnen, das funktioniert auch rechtlich gar nicht. Der Bundesverkehrswegeplan ist nämlich außen vor, weil er Ausbaugesetze vorbereitet, gegen die ein unmittelbarer Rechtsbehelf ausgeschlossen ist. Und ohnehin fordert Aarhaus nirgendwo, dass oberste Planungsebenen anfechtbar sein müssen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen und deshalb zum Schluss noch ein paar persönliche Worte. Auch ich bin für den Schutz der Natur. Und ja, die anerkannten Umweltverbände erfüllen eine wichtige Aufgabe in diesem Land. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich bin eben auch Praktiker, der jahrelang im Bereich Umweltdienstleistungen tätig war. Ich kenne den Umweltschutz daher eben nicht nur aus Anträgen. Und ich weiß, welche Folgewirkung ein kleiner Pinselstrich in so einem Gesetz entfalten kann. Dann gehen eben schnell Investitionen in die Binsen, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und deshalb müssen wir ökologische und ökonomische Interessen, aber auch die Interessen der einfachen Bürger unter einen Hut bringen. Und ich glaube, das ist uns mit dem vorliegenden Entwurf wirklich gut gelungen. Wir haben die 1 zu 1 Umsetzung, wir haben die Verfahrensbeschleunigung und wir haben mehr Rechtssicherheit. Und ich glaube, damit können wir alle gut leben. Das ist ein wirklicher Fortschritt, ein Erfolg. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Miersch und den Vertreterinnen und Vertretern des BUMB für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da haben wir etwas Gutes gemacht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Oliver Grundmann. Schönen Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einen Wechsel gemacht, wie Sie sehen und hören. Und letzter Redner in dieser Debatte Peter Maiwald für Bündnis 90 Die Grünen.